Hallo Leute da draußen, ich möchte euch teilhaben lassen, Folge 2. Ich habe ja ein kurzes Video gemacht über den menschlichen Katerpillar und ihr könnt euch vielleicht an meinen kleinen Haufen erinnern. Und so sieht es da jetzt aus. Der Haufen ist weg. Wir haben ihn geschreddert. Wie bekloppt mit dem Teil, ne? Holen wir gerade die Wurzeln raus. Hier war alles voll und wir haben also hier die ganzen Wurzeln rausgezogen, ziehen da hinten jetzt die restlichen Wurzeln raus. Es geht nichts über ordentliches Gerät und eine tolle Familie, die einem hilft, weil alleine wäre das gar nicht machbar gewesen. Einen kleinen Überblick über die Wurzeln, die der Trecker da schon alle rausgezogen hat. Guckt euch das hier an. Wahnsinn. Mehr sage ich dazu nicht. Sonst würde ich sagen, mir geht es gut. Ich bin weiter negativ. Ich hoffe, ihr seid weiter negativ und im Geiste positiv. Damit ihr einmal kurz seht. Hi. Ich grüße euch alle schön da draußen. Seht zu, dass ihr Proviant dabei habt. Angeblich soll ja heute der Schnee kommen. Und teilweise mit Schneeverwirrung. Keine Sorge. Ich habe flüssig Nahrung da. Alle Vorräte sind aufgefüllt. Kann was, komme was wolle. Ich werde weiterhin Spaß in den Backen haben. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Macht das Beste aus dem Wetter. Und bis demnächst. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Vielen Dank.